Nicht zu Brot, sondern zu Wort. Auf den Galen dieser Welt mehr Mensch. Auch hier ist jemand dabei, den ich eingeschaltet habe, den Sie gerade sehen. Filmbike, on tour, mehr Zivilcourage. Sicheres Wort, sicheres Gespräch. Was haben Sie jetzt gerade gesagt? Entschuldigung, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Wenn ein Politiker in diese Bretouille kommt, seelischerseits, weil Schlafentzug ist gleichzeitig, wie sagt man, Mord. Ja, schleichender Mord. Schleichender Mord. Und warum? Weil die Herzkranzgefäße sich so verengen, so inelastisch werden, dass man dann Kreislaufversagen multiple bekommt. Aber zurück, warum Sie jetzt gerade gesagt haben, das möchten Sie eigentlich noch mit rein sagen in die Kamera. Bitte, vielleicht kann Rossmann noch helfen, dass ein Politiker, bei dem eine Drohung ansteht, der sofort vor der Türe mit Sicherheit einen oder zwei Zivilstreifen oder was auch immer gestellt bekommt und Fangschaltung bekommt, ob Blau.de oder wie heißen die anderen da? Blau.de, Phonik, Kongster und Telekom. Das ist, glaube ich, was ist denn das hier? Das ist, glaube ich, Blau.de. Ich warte immer noch auf meine Reserve-SIM der anderen SIM, die kaputt gemacht worden ist. Beim Herrn Georg Böhm sind es mittlerweile vier sichere Handys und das fünfte, weist auch schon die Störungen auf. Jetzt ist die Frage, auch Samsung kann es sponsern, denn auch Samsung-Kunden könnten mal Bedrohung bekommen. Präventiv. Sicheres Nürnberg. Jetzt komme ich aber nochmal zurück. Und ich habe bewusst, ich habe bewusst, nein, nein, mein Kopf parkt nicht. Wenn dann, ohne Grenzen, Spaß am Rande. Ich komme jetzt nochmal zurück. Und wenn dann jemand sagt, ja, warum kommst du nicht zum Punkt? Genau, aus dem Grund komme ich nicht zum Punkt, damit es auffällt. Weil wenn man runterlabert in die Kamera, wie jeder, dann fällt man nicht aus der Reihe. Und dann merkt man sich, was hat er jetzt da gesagt? Ich kann auch auf den Kopf drehen, bitteschön. Und zwar, dann drehen Sie vielleicht das Notebook mal um und denken nach, warum er so filmt. Ein Politiker, der in diese Bredouille kommt, ich wiederhole mich, ich habe keine Sklerose, der bekommt sofort eine Sicherheitsentourage, sozusagen, wie der Staatsanwalt immer sagt. Quint, komm nicht immer mit deiner Entourage, wenn unten die Beamten da gleich mitkommen. Die haben doch anderes zu tun, sei das ja nicht mein Problem. Ich weiß nur, wie ich mich zu verhalten habe. Die Wachtmeister im Gericht in Nürnberg, die sind dann verunsichert, nur weil ich zu bewusst spreche, was haben Sie denn gegessen, was haben Sie denn eingenommen, was ich eingenommen habe. Ich habe einen klaren Kopf eingenommen und ich weiß, was ich wann, wie, wo, mit PS nicht nur auf der Straße zu sagen habe. Sind Sie Presse? Sag ich, nee, in erster Linie bin ich Mensch, weil Presse ohne Mensch nicht funktioniert. Aber, zurück, diese Akzentierung möchten Sie auch veröffentlichen, warum eigentlich ein Prominenter sofort die Sicherung bekommt und dann relativ wieder unter dem Aspekt sicher ist, dass nicht sicher ist im Leben, wieder einigermaßen von A nach B, vielleicht zu C oder über Land oder über See oder in der Luft auf den Wegen sein kann. Jetzt sprechen Sie doch mal mit Ihren Worten, was Sie da so echauffiert. Ja. Zum Beispiel ein hoher Politiker, ein hoher Prominenter. Wie zum Beispiel die hier, die ich da so getroffen habe. Das sind nur vier von 1600 Präsidenten. Und ich rede zwar nur von deutschlandweit. Ja. Weil wir sind ja in Deutschland. Ja. Da wird sofort von der Polizei, von der Regierung sofort was abgestellt, egal welche Leute, dass diejenige immer sicher sein können. Die sind vor der Türe, hinter der Türe, auf dem Dach, im Keller, egal wo. Und sind immer in Begleitung, hinterher, vorher, links und rechts, nicht gar, dass nichts passieren kann. Aber ein normaler Mensch wie wir, wie du und ich. Ja, wann ist ein hoher Politiker nicht mehr normal? Wann ist er normal? Ein Moment aussprechen lassen. Bitte sind Sie so nicht aussprechen lassen. Wann ist ein hoher Politiker nicht nur normal? Ein normaler Mensch ist ja dann eigentlich normal. Ein normaler Mensch, aber er ist eigentlich dann für die Sicherheit innormal, weil wenn er innormal wäre, also ein hoher Mensch ist, ich mache ein Wortspiel, dann würde er abgesichert sein. Also ist dann ein normaler Mensch unsicher und ein kranker, wobei ein Politiker niemals krank ist. Aber wo ist das normal jetzt einkategorisiert? Einkategorisiert. Wo ist das Wort normal einkategorisiert? Wo? Wann? Gibt es nicht. Das ist eine Frage der Perspektive, eine Frage des Horizontes. Ich weiß, was Sie meinen, aber ich erlaube mir jetzt einfach diesen Einwurf, weil es zunimmt. Weil ich komme ja von einem Notfall zum anderen. Von dem Notfall zum Restsehvermögen-Notfall. Es interessiert die Gesellschaft nicht. Und jetzt hat mir gestern Abend die Mutter der beiden, es hat einen Grund, warum ich das anhänge. Die Mutter bei der Kinder, sie ist Lehrerin einer renommierten Schule und hat jetzt hoffentlich nicht einen Sterbefall. Hoffentlich nicht. Der Mutter sozusagen, von der Mutter. Aber sie sagt, ich habe noch ein anderes Theater. Sag ich, welches? Ja, weil eben die Forschung nicht in die Schule kommt, muss in die Schule, also nach vorne kommt, in den Startlöchern immer noch steht, bedingt nur nach vorne kommt, weil es eine Randkrankheit ist, muss jetzt meine Tochter in Langwasser auf die Blindenschule gehen. Ist hochbegabt, ist hochbegabt und versteht zu Recht die Welt nicht mehr. Will Bill Gates treffen. Ich setze alles daran, um Bill Gates zu motivieren, dass er diese Forschung in Gießen und Bonn, das erlaube ich mir sozusagen, hauptsächlich, Entschuldige, ich habe die andere Krankheit jetzt nicht im Tablet, aber Makuladystophie, Makuladystophie. Jeder Autofahrer, jeder Autofahrer könnte betroffen sein, durch Verunfallung oder Gendefekt auch so einen Schaden zu bekommen. Der wäre froh, wenn da die Forschung nach vorne gekommen schon wäre. Aber ich habe das vernommen. Das Anliegen von Herrn Schausch-Stabli-Böhm ist, nicht nur ein Politiker hat eine Sonderwürde. Denn es gibt die verschiedenen Artikel, der Menschenrechtsstraße, in der Nähe vom Hauptbahnhof, Germanisches Nationalmuseum. Und da stehen die Artikel. Stehen die nur als Textbekenntnis? Stehen die nur als Lippenbekenntnis? Oder stehen die auch als Tatbekenntnis? Täglich im Leben? Das ist die Frage. Live aus der Menschenrechts-Trägerpreis-Stadt Nürnberg. Und sie haben zufällig einen gelben Pullover, den hatte auch der Hans-Dietrich Genscher immer an. Leider ist er heute von uns gegangen. In diesem Sinne, höchstes Beileid. Filmbeik auf den Bühnen dieser Welt. Mehr Mensch. Wir hoffen, hoffentlich Rettung zu erhalten. Wohin die Wege sicher führen. Filmbeik No Limits. Filmbeik No Limits.